leute was geht damit herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft treason mit dabei sind auch noch ein paar andere leute die ich noch nicht kenne hallöchen hallo youtube alles klar ja ich ist gerade eine spontane aufnahme weil ja hier ist gerade gleich eine rede irgendwie ich weiß auch nicht noch nicht warum es hier gerade geht ist gerade noch jemand du stellst dich so motiviert das ist ja gut ich bin mal gespannt was da zu sagen was denn hier unten war so eine Predigt wieder Moral Predigt wie Goat immer ja wollen noch schnelles Haus finden entschalten entschalten ich werde mich eventuell verspäten weil ich habe gerade eine verdammt gute Höhle also einfach ein hauenpunkt ich habe auch schon acht die es gefunden ja alles klar ich werde mich eventuell verspäten weil ich habe gerade eine verdammt gute Höhle ja du hast da irgendwo ein bisschen Holz ähm ich bin nicht meinser Höhle ich bin nicht ach egal ich ähm scheiße jetzt die Schaufelstrott aber ich komme aus vorn Charagent mit solchen Part zu kommen wieder was ist du hast ja ja schlag mich mal von vorne aber nur von vorne aber nur ja funktioniert nicht ist klar oder wenn dann chillt ist ja ich bin aber schlafen auf Karl ok der Heinrich ist auch schon da alles klar mal sehen was hat die zu bewirrt ich bin gespannt außer es ist die größte Zeitverschwendung wenn das irgendein Bullshit ist dann gibt es die Tomaten dabei zum werfen zufällig wenn es die größte Scheiße ist leider nicht ja schade gut vielleicht kann man ja irgendwie auf der Stelle noch Schlebele kriegen oder Eier habe ich Eier? Eier habe ich nicht mir fällt auch gerade ein ich habe ja kein Essen dabei scheiße wenn ich sprint in der Zeit hier aber vielleicht krieg ich einen richtigen Shitstorm ich kann nicht schwimmen ja so ist das halt oh ich kann nicht schwimmen bin ich Hunger ich bin ein streamlicher Freund von Schadenfreude wer ist das nicht? mal ganz davon abgesehen ich mag auch rassistische Witze und schwarz alles klar ja gut ja wo ist er denn am spawnen? direkt am spawnen oder? ich laufe gerade zu meiner Insel zurück und hol was zu essen weil ich drei Hungerbalken habe und nicht zu essen mitgenommen habe ich voll idiot ich könnte vielleicht auch mal ein bisschen was farmen ich könnte vielleicht auch mal ein bisschen was farmen wäre vorteilhaft ja eigentlich wollte ich ja jetzt schon full dia alles entcharted haben zu dieser Folge aber da die da sehr spontan ist habe ich es jetzt noch nicht geschafft deswegen ist es noch genauso wie wir in der letzten Folge aufgehört haben ist jetzt dazu gekommen noch? äh irgendeiner? ne Ahnung hat dieser Pascal oder keine Ahnung oh PGM hast du und es wird immer mehr wir warten noch vier Minuten also bei mir ist 13 und 29 eine Minute noch dann will ich ja was sehen mir ist 13 und 26 mir ist 13 und 26 ich meine du brauchst halt 13 was hast du denn so vor willst du den totalen Krieg ausrufen ich frage ob du den totalen Krieg ausrufen willst nee trete müsste gleich an also schon da oben platziert hm aber schon mal komm mal mit wach zu du ooooh ja schwert da oben stehen das macht mir jetzt ja gar nichts irgendwie ja muss das auch nicht das soll es auch nicht oh wird schon wird schon geworfen ey Gabor geschlagen mit einer Enchantment Table zu na ja immer komm her ja wich ich also Not PGM ist Kogstelle und dass es ist noch einer da OPGamer Hallo Moin Hallo nochmal an alle wie Joey nochmal an alle người Ich hab grad übrigens YouTube auf, ich hoffe, es ist für alle in Ordnung, wenn ich das mache. Alles gut. Eier. Alles klar. Ja! Genau. Ich sichere mich nur ab. Ja! Ja! Bitte! Ich glaub, ich hol noch mehr Eier. Ich mach's lieber! Alles klar, ey. Alles klar. Das ist doch schön, oder? Pass! Ist das richtig rum? Krass. Hallo. Kommt, ist auch da, alles klar. So, eigentlich ist auch hier. Goat, hast du schon deine Eier verrat? Schreibe ich. 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 Warte ich muss noch mal kurz eine Schicht zu Ende bauen. Natürlich. Farrere ich mir heute noch. Na ja, die rende Polizei! Ja, ich hab leider keine Eier, das ist das Problem. Jetzt keine zum Werfen. Ich hoffe, das nicht. Zwei deutsche, bitte nicht verstehen. Es gibt ja auch die Idee, ja. Ich bitte euch kurz zu muten. dass ihr mich nicht unterspricht hilfreich so also wir starten ich hier hallo kennt mich oder ja aber beschlossen unser server braucht eine regierung und zwar kam ich zu dem entschluss ich gründe eine partei die partei heißt steht für abkürzung für alternative für und zwar damit ihr mich alle wählen wollt und ich die regierung werde habe ich folgende vorschläge wenn ich an die macht komme benötigt niemand mehr so was wie haben weil ihr alles gestellt bekommt ihr braucht euch nicht mehr um essen zu kümmern ihr bekommt alles gestellt und was auch noch eine große sache wird wenn jemand zum beispiel jetzt mit einer gruppe ein großes projekt bauen will zum beispiel ein parlament oder was auch immer dann werde ich als privatperson und als herrscher dieses natürlich unterstützen mit geld und anderen hilfsmitteln was auch immer gebraucht zum beispiel und was noch eine für euch wahrscheinlich sehr interessante ansprechung sein wird ist ihr bekommt alle ja extra auszahlungen heißt dass ich sowas mache es nicht einen moment bloß mit größeren beträgen weil normalerweise müsste jetzt jeder ein euro bekommen haben und das kann man dann vielleicht mit mehr geld machen und ihr dürft euch wieder entnuten und ich würde gerne mal hören was ich so von mir haltet die stimme ist doch keine ahnung ich bin wegschüßt wenn ihr mal kurz alle mitkommen ich bin nicht überzeugt ich bin sogar nicht überzeugt ich habe direkt für den anfang eine gute investitionen erdacht da wir ja auch viele leute haben die gut bauen können also glaube ich hin also ich kann nicht gut baut ich gehörte nicht dazu wenn du uns bezahlen willst dann müssen wir auch steuern zahlen jetzt ich habe mir eine regierung braucht ein parlament oder ein sitz oder wie auch immer und hier ist eine gute freie glatte fläche die können man doch bauen bist du jetzt eigentlich für arbeiterrechte oder für was bist du ich bin dafür dass es eine feste regierung gibt die über sachen wie zum beispiel auch wenn jetzt jemand bestohlen wird die darüber entscheiden kann was passiert mit der person das ist eine anständige regierung gibt was machen kann ich habe eine wichtige frage ja ich will dich wenn ich einen puff bauen darf ja natürlich natürlich dass man auch die scheiß fantome ich hasse ja ich ja ja wird es eine feste wirtschaftsform geben oder machst frei nach schlauze was heißt eine feste wirtschaftsform was meinst du damit genau es wird wahrscheinlich mehr auch sozialismus rauslaufen eine soziale diktatur würde ich sagen ich habe ich habe eine diktatur nicht zu meinem gutes sondern zum gute des volkes das sagen sie alle und am ende beuten sie das ich weiß nicht nur aus seit wann ist eine diktatur zum guten des volkes das macht keinen sinn irgendwie das sind zwei worte die sich widersprechen wenn ich das ausbeuten würde ich denn da das hier machen einen moment hat doch die jagd auf hat man hat bin ich bestech will ich ja nicht gar nicht bestellen ich habe ja gerade 100 euro gekriegt warum sind jetzt hier fassen das nennt man das nennt man an stiftung der wirtschaft das hat niemand das mitbekommen hat irgendjemand von euch vorher relativ kurz gehabt nein nein ich habe schon vor 2000 dollar ja von mir ne achso doch wenn es kein geld gibt wie soll es denn wirtschaft geben das ist eine sehr gute frage also ja das ist die sache das war's dran und ich verhelfe euch dazu dass es geld gibt und wie willst du dieses geld auftreiben warte mach mal slash money op gamer ja 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 das ist eine gute frage guck mal falls ihr es noch nicht rausgefunden habt gibt warte ich muss nicht was du für scheiße anstellen könntest wenn du die kontrolle über das komplette stadt kann geht mal das ein nehmt mein item in die hand und gibt das ein dann seht ihr den preis dieses items ihr könnt auch items verkaufen und was hast du bitte alles verkauft um an dieses geld zu kommen das projekt hat doch gerne dann angefangen viel viel farm sachen ein normales tier schwert kostet so weit ich weiß auch ungefähr 400 verzaubert ja und ich will jetzt zum beispiel wenn jetzt wenn jetzt jemand sagt hier wir haben lust sowas zu bauen und sie mir wenn sie beweisen können dass sie das hinbekommen dass sie das kapital dazu dann werde ich mit meinen ich weiß nicht was ich davon halten ich bin irgendwie überzeugt ich bin auch noch ein bisschen skeptisch mir kommt das ein bisschen so vor reicher mann irgendwie der jetzt irgendjahr wieder irgendeine scheiße macht und ja so könnte man sich vorstellen aber so ist es nicht wenn du wirklich der herrscher bist was machst du mit leuten die dir nicht folgen beziehungsweise die dich nicht mögen ja sie gehören halt einfach nicht zu der partei wenn die ein projekt machen wollen sollen sie gucken wo sie ihr geld auftreiben ok zum beispiel oder wenn jetzt zum beispiel sagen wir mal heute mittag ist ist ja auch passiert dass die ganzen inventar geklärt wenn sowas passiert bekommt natürlich jeder auch etwas kapital um sich wieder aufzubauen ja oder wenn jemand beklaut wird dann werde ich da dafür stehen um herauszufinden wer von und also wie er von wem beklaut wurden ist heißt nicht dass ich ihm unbedingt alles wieder zurück gebe das will ja für mich keinen sinn machen allerdings werde ich den täter herausfinden oder versuchen herauszufinden und ihm eine gerechte strafe zu stellen und wer entscheidet dass die strafe gerecht ist ihr über eine soziale abstimmung also ich habe eine frage mein haus wurde ja zerstört und weiß auch von wem was passiert jetzt mit dem von von wie weit war denn dein haus ähm ich hab angefangen ich hab keine kraft zu kurz blöcke gefarmt und alles ich muss mir die ganze scheiße noch mal fahren kannst du mir das mal zeigen den resten ja den resten können wir zeigen ja komm mal zum spawn wie heißt du denn im gett ich bin äh gewonnen du kaiutub ich weiß keine name du bist du bist du also ich kann jetzt besitzen wenn wir um abnägen ich verstehe kein wort tut mir leid ja das dahin ja ich hab sie ein bisschen wieder aufgebaut aber wir kriegen fast alles weg ja gut wenn jetzt sowas wenn jetzt sowas passiert und du mir sagen kannst wer es war das auch zugibt dann wird dieser natürlich eine strafe dafür bekommen zum beispiel eine soziale strafe wäre dass er dir wieder hilft das haus wenn du das möchtest unter anderem was auch eine extreme weise ist wenn diese person sich vor allem weigert ist eine öffentliche hinrichtung was bei extremen strafe dann auch passieren könnte wovon ich aber eigentlich keine überzeugung habe eine frage hätte ich noch ein bisschen ja du sagst jetzt wird ein parlament geben wenn sich zum beispiel leute jetzt bereit erklären ein parlament zu bauen dann wird es auch ein parlament geben wenn es öffentliche und freie wahlen geben natürlich über zum beispiel ja auch strafen wenn jemand was macht wo ich jetzt nicht zum beispiel weiß was man mit dem machen soll oder ich meine dann kann man da auch eine öffentliche wahl machen mit öffentlich und freien wahlen meine ich man damit die regierung ändern kann natürlich wie agieren wenn du jetzt zum beispiel von deinen eigenen wählern ja wie wird es wenn ich nicht macht das werde ja ist ja den spielern ihre ihre freie meinung das da kannst du nicht dagegen machen nein wenn sie das ja wollen ja es geht hauptsächlich darum dass es für weil es auch so viele probleme gab dass es da eine endgültige wirtschaft gibt und dings ähm regierung dass leute nicht einfach so da davon kommen oder zum beispiel wenn die frage kann ich dann bitte tpn also ich bin unter der erde ich bin unterm welt die ganze zeit ins nix ja schicken tpn ja keine kräfte sterb die ganze zeit das war irgendwie verbar warum wer die frage wie du jetzt weg kommst versuch mal slash und und jetzt bin ich wieder tot jetzt war nicht wieder unter dem jahr ich habe darunter wo es passt und am sporn oder was nee nee sporn nether ab wenn ich ja runterfalle ähm sterbe ich dann im nether und dann bin ich wieder her und ok ich hab keine ahnung wie du da rauskommst mein ganzes wirtschaftssystem wird sich nicht so wie ich es eigentlich angedeutet habe was ein bisschen fehler nach mir richten sondern eher nach den bürgern wenn die bürger sagen sie wollen was weiß ich bringt den beispiel mal ja gut sagen wir mal ich will den bierkeller bauen ja zum beispiel ja die bots gibt also das plugin gibt es ja halt hier auf dem server das bürger herstellen kann ja ja ok ja was ist mit ich glaube sie erklären weiter machen ich weiß nicht was er gerade wenn du einen bürger baust ja dann hast du einen bürger gebaut ja klar ich meine frage ist auch jetzt werde ich das staatliche unterstützung kommen wenn du einen bürger baust der zum beispiel jetzt dafür geeignet ist um das bier für die ganze stadt zu lagern oder zum beispiel du dich entscheidest ich möchte bier für die ganze stadt braun und das dann öffentlich verkaufen dann wirst du natürlich auch einen zuschuss bekommen so lange ich eine eine bestätigung habe dass sich das wieder herausarbeiten lässt das geld also sprich ich gebe dir hunderttausend und gebe dir das nur wenn ich weiß du wirst diese hunderttausend auch wieder an umsatz machen sozusagen okay oder wenn ich denke du wirst nur tausend an umsatz machen dann werde ich dir nur tausend geben also ich brauche irgendetwas als absicherung und ja wenn irgendein bürger eine eine ein vorschlag hat zur verbesserung der regierung diese aufgenommen wird demokratisch mit frei war freien wahlen abgestimmt und wird dann je nachdem wie es ausgeht durchgesetzt oder nicht okay das hört sich ja unterm strich schon mal ganz gut an genau was machst du wenn ein spieler mit bösen absichten zu viel macht kommt und eine diktatur errichtet der wird von unserer gemeinde sozusagen wohl das nicht durchsetzen können außer wenn sich wirklich große verschwörungen ansammeln dann kann man dagegen nichts mehr tun wenn zum beispiel jetzt mehr als 50 prozent gegen ein sind dann ist es halt so ja man kann nur versuchen die leute dann wieder mit gegen argumenten zurück zu sich zu holen das werde ich wahrscheinlich dann auch tun wenn sich jemand gegen mich entscheidet muss man versuchen die leute wieder zurück zu holen aha würde denn jetzt so einer oder jemand von euch überhaupt mal der partei beitreten wollen ja also ich würde es grobeweise machen ich bin ganz ehrlich überhaupt nicht überzeugt ich würde mich auch noch nicht so was würde dich denn überzeugen deine finanzielle stellung und ich weiß jetzt nicht ob das ausschlaggebend ist ich sag's mal so da kann ich ja jetzt öffentlich mit dir darüber sprechen oder natürlich du kannst über alles mit mir sprechen ich bin relativ machthungrig und deswegen akzeptiere ich eigentlich keine fremden parteien da ich ja eigene pläne habe du wirst natürlich auch wenn du zum beispiel jetzt mal sagst hier du keine ahnung ich habe auch lust auf macht oder sowas dann können wir uns auch gerne zusammenschließen wer hat nicht lust auf das habe ich dir ja schon mal angeboten ich muss mir überlegen das kann ich jetzt nicht spontan entscheiden natürlich wenn jederzeit zutreten und ich lasse ja auch es gibt viele menschen die hätten jetzt gesagt hier ich ernenne mich selber zum herrscher das mache ich nicht ich lasse das volk entscheiden ja auch einige fälle bleibt jetzt eigentlich nichts anderes übrig als da eine mehrheit zu finden einfach weil wir kein richtiges system haben genau ich habe immer sehr ungelootete kisten gefunden das ist glück ja also mir ist es halt wichtig dass wir jetzt schnell mal ein system finden mit dem hier ein bisschen ordnung reinkommt ja genau deshalb habe ich das hier auch gemacht ja ich würde mich da mal mit noch ein bisschen auseinandersetzen aber ich denke man das sieht gut aus ja also ich würde mich auch erst mal dem anschließen und ja genau ich danke euch dann dass ihr zugehört habt ja wenn was ist meldet euch einfach ja alles klar so das war doch mal schon mal ganz interessant erscheint gerade regierungsbildung so wie wir gesehen haben ja ich würde einfach mal sagen vielleicht werden wir dieser partei beitreten das werden wir dann aber denke ich in der nächsten Folge sehen mhm es geht auf jeden fall voran hier in treason ich würde einfach mal sagen das war es jetzt für die Folge ähm wenn wieder spontan irgendwas ist werde ich es denke ich auch hochladen also ich denke mal diese Folge werde ich noch zusätzlich jetzt hochladen also nicht zu den eigentlichen Zeiten weil ja äh die kommen wahrscheinlich jetzt am Montag muss ich ja jetzt irgendwie weil ich denke mal werde ich ja jetzt noch eine Woche wieder mit warte mit dem Uploaden ist das glaube ich auch ein bisschen scheiße für euch sag ich mal deswegen werden eventuell auch ein paar spontane treason folgen kommen also merke ich jetzt auch einfach gerade selber es macht keinen Sinn diese Folge jetzt erst Samstag hochzuladen naja ich würde einfach mal sagen das war es für die Folge bis zum nächsten Mal tschüssi